Du wart auf Steuerbord! Alle machen unser Deck! Feuer! Der Konvo soll sich aufteilen? Wir sollen alleine weiter? Ständig kommen Notsignale von Schiffen da draußen. Wir können auch umkehren. Wir behalten unseren Kurs bei. Das ist das Letzte, was die Deutschen erwarten. Bringt euch in Sicherheit! Geh in Deckung! Egal welchen Kurs wir auch wählen, wir sind stets in Reichweite Ihrer Flugzeuge. Es kommt keine Hilfe. Wir sind allein. Es ist wichtig, dass wir zusammenhalten. Unser Auftrag ist glasklar. Ich habe alle informiert, damit jeder hier weiß, dass wir keine Eskorte mehr haben und dass unser Kapitän, unser Anführer, uns auf eine verfluchte Selbstmordmission führt. Wir haben nur eine Chance. Es kommt von Südosten! Du jagst uns hier noch alle in die Luft! Ich würde alles dafür geben, um nicht hier zu sein. Wenn Sie mehr als Ihr eigenes Leben retten wollen, dann liefern wir die Fracht ab! Glaubt mir, so werden wir nach Hause kommen. Wenn Sie fangen, wenn Sie sehen, Vielen Dank.